So, ich habe zwei Cäsar-Pfeifen zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht über diese beiden Pfeifen. Wir packen die einfach aus. Wir gucken uns die an. Ah, das ist die Witzes-3-G-S. Kennt man doch, oder? Die andere ist die WCS-1-W-P-Glas-Frozen. Die wird, denke ich mal, größer sein, weil das Paket ist nämlich größer. Gut, wir fangen mit der Kleinen an und packen die einfach erstmal aus. Gucken wir, was da drin ist. Ah, okay. Hm, reinschrauben. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Sleeve-System, eine Epoxid-Rauchsäule. So, als erstes kommt uns der Kohleteller entgegen. Aber, und das deutet ja schon mal auf Fancy-Blow-Offs hin, wir haben noch einen zweiten Kohleteller. Wir haben einen Schlauch. Wir haben ein Mundstück, das ist nicht 1 zu 1 das Mundstück wie bei Aladin. Schlauchfeder, Kugeln, eine Bowl, die hat gut Gewicht. Und wir haben ein paar schöne Cuts drin, grau. Aber also die Bowl ist überraschend gut vom Gewicht her. So, ich mach mal Platz. Eine Zange ist auch noch drin. Und dann haben wir noch das hier, die Base. Wenn ich mir die Base hier angucke, das ist doch mit Aladin produziert, oder? Und wenn das von Aladin produziert ist, dann wissen wir, dass die qualitativ, vor allem für den immer sehr günstigen Preis, absolut krass sind. Das ist doch eindeutig, oder? Guck dir mal den Diffusor hier an. Das sieht viel zu sehr nach Aladin aus, als dass das Zufall sein könnte. Okay, man kann den Diffusor nur auf einer Stufe anhaben. Zumachen geht nicht, weil dann kommt oben das eine Diffusorloch. Also man muss immer ein kleines bisschen. Vielleicht ist das aber auch gewollt. Vielleicht darf die Bowl nicht zu sehr blubbern, obwohl das von der Länge her eigentlich ganz gut aussieht. Gut aufgebaut ist sie dann anscheinend denkbar einfach. Wir schrauben hier noch das Tauchrohr rein. Das lief ganz gut. Ich würde gerne mal gucken, können wir das auseinanderschrauben? Also alles, um uns das einfach mal anzugucken. Ja, auch hier mit diesem Ringsystem. Erinnert sehr stark an Aladin. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden da einfach zusammengearbeitet haben. Was ja nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil, ich finde das ist ein sehr gutes Zeichen, weil bei den Aladin-Pfeifen wissen wir schon, dass die geil sind. Dann hier wohl der kleine Teller. Ja, guck mal, wir haben da eine kleine Gap. Jetzt könnt ihr das sehen. Also wir haben hier eine kleine, hier dieser kleine Nöppel. Da liegt der Kohleteller drauf und dadurch haben wir eine kleine Gap. Also jetzt würde da wohl der Rauch rauskommen. Also unter dem Teller. Wir könnten aber auch, weil der große Teller eine große Öffnung hat, den wahrscheinlich so drauflegen, dass die Löcher frei sind. Ja. Dann den kleinen Teller drauflegen. So, ob das reicht vom Abstand her? Ja, wir probieren es mal. Dann schrauben wir hier noch den Kopfadapter drauf und dann ist das Ding schon zusammengebaut. Das war es schon. So, warte mal. Also ich muss sagen, ich finde die Base fast ein bisschen schöner als von der Aladin, weil sie noch ein bisschen schmaler ist. Oder? Was sagt ihr? Schlauchanschluss sieht noch relativ groß aus an der kleinen Base, aber ich denke spätestens, wenn man da einen Schlauch anschließt, wird das schon in Ordnung sein. Ich finde die ganz süß. Also wir müssen gleich noch gucken, was die kostet. Aber so rein optisch, Edelstahl, Gewindelauf in Ordnung, Qualität kann man auch sagen, ist das gleiche wie bei Aladin. Süße Bowl drunter. Das ist eine süße kleine Einschlauchpfeife. Wir gucken uns noch mal die andere an. So, jetzt die WCS 1 W-Fr-Glass-Frozen. Ich glaube, das ist einfach genau dieselbe, aber halt in groß. Ah, aber mit Frozen Bowl, klar. Boah, die Bowl sieht wild aus. Das ist irgendwie nicht so eine Standard-Frozen Bowl, die hat irgendwie so eine krassere Textur. Also so irgendwie wie grob gesandt strahlt, wenn das Sinn macht. Sieht aber geil aus. Okay, Rauchsäule. Ist die Base größer oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, die Base ist auch größer. Bauen wir die noch kurz zusammen. Kugeln sind wieder drin. Halt mal klackern. Oh ja, die ist schon ein mächtiges Stück größer. 109 und 179 Euro kosten die. Okay, das wäre auf jeden Fall ein gutes Angebot. Auch hübsch, oder? Das hier ist die Colonia S3 Black Rock. Und die große? Augusta. Das heißt, wir machen jetzt die Kleine einmal ready, machen uns ein Köpfchen und dann rauchen wir endlich mal eine Pfeife, ey. Gucken wir nochmal kurz auf die Website. Also die große, die Augusta, kostet 179 Euro. Das ist auch das Modell, was wir hier haben. Finde ich okay. Bei einer großen Pfeife? Ja, ist akzeptabel, würde ich sagen. Edelstahlringe für Blow-Offs, Epoxy-Sleeve, Ventilkugeln 5 sind drin, Ersatzkugeln 5 sind dabei. Sehr wichtig. Und dann die Kleine. Die muss ich sagen, finde ich nochmal deutlich interessanter, weil für 110 Euro, okay, die gibt es auch in diesem Snow White und mit einer Clear Bowl, aber wir haben diese Variante hier mit der dunkleren Bowl und dem Black Rock. Ja, das hat auch bei mir so ein bisschen, sieht aus wie so ein funkelnder Sternenhimmel. Also du brauchst nicht mal ganz eine halbe Umdrehung und dann hast du das Gewinnen schon auf. Also sehr, sehr schnell. Auf jeden Fall gut. Trotzdem 18,8er Schliffanschluss und sechs verschiedene Blow-Off-Möglichkeiten. Ja, klingt gut, würde ich sagen. Dann können wir die Pfeife einmal durchspülen, einmal ready machen. Also warum müssen wir eine Pfeife überhaupt sauber machen? Ganz einfach, wenn Edelstahlteile oder Metallteile generell gedreht oder gefräst werden, dann wird das mit einem Schmier- und Kühlmittel versehen, damit die Werkzeuge länger halten und genau dieses Schmiermittel, das kann da halt noch dran sein. Das heißt, wir müssen da einmal mit irgendwas, was Öl löst, zum Beispiel ein ganz normaler Shisha-Reiniger, wie auch jetzt hier, rangehen, das einmal alles schön abspülen, damit wir diese ganzen Kühlschmierstoffe da lösen, weil die würde man auf jeden Fall rausschmenken. Ich glaube, der Teller-Blow-Off ist so nicht richtig. Da ist fast keine Lücke zwischen den zwei Tellern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Rauch rauskommen kann. Wenn die Kohle noch nicht ganz ready ist, können wir noch mal kurz nachgucken. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich anders machen soll. Doch, warte mal, was ist denn, wenn ich... Guck mal, da siehst du, die Gewinde laufen ganz geil. Der passt perfekt drauf. Das soll hundertprozentig so sein. Gut, dass wir noch mal nachgeguckt haben. So, wir haben eben den ersten Zug genommen. Hier kann auch ein Blow-Off rauskommen. Also hätte ich wahrscheinlich diesen Ring noch drehen müssen für den Teller-Blow-Off. Also haben wir jetzt wohl erstmal den Base nach unten-Blow-Off. Ich zeige euch den mal. Sieht aber auch sehr, sehr geil aus und funktioniert sehr leicht. Deswegen war ich eben am Anfang so verdutzt. Ich dachte erst, ich hätte doch die Kugeln vergessen. Also da kann man richtig mit Druck rein. Also Blow-Off gefällt mir schon mal gut. Wir können aber die normalen Review-Punkte durchgehen. Verarbeitung absolut akzeptabel. Also für den Preis von 109 Euro kann man nicht meckern. Genau, sehr positiv zu sehen. Die Gewinde halten sehr gut. Das haben wir getestet. Optisch finde ich die Pfeife schön. Für 109 Euro. Schön clean, schön klein. Mehrere Blow-Offs, die man umbauen kann. Finde ich auch gut. Schliffanschluss funktioniert. Also von daher wunderbar. Rauchverhalten, das Wichtigste. Durchzug überraschend geil. Also trotz, dass wir jetzt gut auf Kontakt gebaut haben, habe ich echt noch einen guten Durchzug. Das Entlüften geht überraschend einfach. Also sehr, sehr einfach. Erst wenn ich angehoben habe, kam mir das schon. Also auch die ganze Pfeife hat wirklich gut Gewicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass das für eine Standard-Bowl recht massiv ist. Und auch die Cuts sind sehr schön gemacht und sehr präzise gemacht. Also Bowl ist cool. Und das bei dem Standard-Set bei 109 Euro dabei, ist nice. Um den Bogen zu spannen zum Anfang, als jemand gesagt hat, Cäsar Billigpfeifen, die geht absolut klar. Also das ist, weißt du, von dem Image her und von dem, was man da vielleicht im Gedanken noch über den Namen weiß, das hat nichts mehr damit zu tun. Das ist genau wie bei Aladin. Das waren auch am Anfang so Billig-Kiosk-Pfeifen und sind jetzt wirklich grundsolide Pfeifen zu einem sehr guten Preis. Also das ist krass. Ich bin froh, dass wir uns die ganz in Ruhe mal angeguckt haben. Das Köpfchen ist langsam durchgeraucht. Wir haben ein ganzes Köpfchen jetzt mit geraucht. Ja, bisschen geht noch. Bisschen können wir noch weiter rauchen. Aber wir haben jetzt fast ein ganzes Köpfchen mit der Pfeife geraucht. Die Ähnlichkeit zu Aladin hat sich übrigens bestätigt. Die Pfeife wird bei Aladin produziert im Auftrag von Cäsar nach Cäsars Wünschen. Aber das bedeutet für uns gewohnte Aladin-Qualität mit allen Vorteilen daraus. Sehr, sehr nice Ding. Rauchverhalten fand ich auch gut für 109 Euro. Definitiv mal wert reinzugucken.